Herzlich Willkommen zu einer heutigen Folge auf der Touringkarte. Heute sollte der Ton passen. Ich habe noch ein bisschen getestet. Ich bitte mich entschuldigen, dass letzte Woche die letzten zehn Folgen miserabel war. Ich war an sich gut zu hören denke ich mal, aber leider war der Rest unterbelichtet kann man sagen. Tja, versucht mal neu. Die eine Folge muss ich mal kurz aufnehmen. Ich habe zwar vorhin einen Test durchgeführt, aber trotzdem die eine Folge komplett durchtesten. Wir werden heute kurz aufschauen. Ich habe jetzt letzte Woche zehn Folgen gemacht. Heute mache ich die nächsten vier. In Anführungszeichen für später. Laut Plan Donnerstag, Freitag, wenn ich es recht körperlich halte. Jedenfalls noch mal entschuldige dafür, dass es so schlecht war. Meiner war es schlecht. Ich hätte davor prüfen müssen. So, jetzt läuft der Media Player auch über den zweiten Rechner, was vielleicht ein bisschen besser ist, weil ich jetzt den Ton unterscheiden kann zwischen Mikrofon, Player und Spiel. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, ob der LKW hier umsteht oder bei der oder entsprechend woanders. Hier oben scheint der Kühle das mal zu hören. Habt ihr jetzt auch gehört und hier ist nichts. Gut, dann wird das entsprechend bei der BGA sein. So, da ist er. So, viel Kühle ist noch, keine Ahnung. Wir fahren erst mal entsprechend jetzt. Bei mir wird laut und wir leise machen. Aber es geht bei euch trotzdem, denke ich mal ganz gut durch. Ich wollte heute keine Silage einfüllen, sondern nur die Gülle. Ich werde mal so sehen, was so eine Gülle einbringt. Das können wir auf 8 gehen. Einbringt, weil wir die jetzt, na, ich sag schon, nur in die BGA fahren. Also, muss ich mal testen. Also, die Lage bringt ja echt nicht viel Geld. War schon ein bisschen enttäuscht. Das kann auch am Season liegen, dass es da entsprechend andere Preise gibt dadurch. Gut, dann ist das jetzt mal so, ne. Mal so in Kauf nehmen. Ich ändere persönlich da nichts dran. Also, dann gibt es nur die andere Variante. Entweder wir machen ein bisschen weniger, oder wir machen kräftig die Lage, ne. Das soll ich verdienen. Also, der Aufwand ist dann natürlich enorm, ne. Gut, wenn die Gülle das gut läuft, dann könnte man das in der Kursfehler umlassen. Ein theoretisch, dass man hier vorbeifahren und automatisch abladen lassen, in Zukunft. Ja, ansonsten, wir sehen, dass wir heute in Gang kriegen. Die vier Aufnahmen kriegen, ne. Also, Tiere so machen, ne. Ernte habe ich alles durch. Tiere, so. Kuhstahl. Das passt so. Sauberkeit, Nahrung, Wasser passt. Stroh, klar fehlt. Aber wir haben am Prinzip jetzt noch unsere Rinder, die sind jetzt 1,3 Jahre. Die werden wir im Frühjahr verkaufen. Ja. Und die kriegen 0,7, 0,5 Kälber. 0,4, 3, 3, 5. Da oben sind später, habe ich später gekauft. Aber die kriegen alle jetzt im Schnitt. 0,3 sind die jüngsten. Und da würde ich eigentlich den Stall hier den zweiten leer haben. Also 0,3, das heißt, ein Vierteljahr. Wir haben aktuell Herbst-Mitte. Das heißt, Mitte-Winter werden die Rinder dann verkauft sein. So, ich hoffe, der Ton passt. Ich hoffe, das ist eine Katastrophe, sage ich euch. Technik einstellen ist schon der Hammer. Das sollte alles passen. Und ich kann es ja dann zur gleichen Zeit, wie es läuft, ich testen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Man muss ja auch einen Test vorher verlassen. Und wenn alle denn drei Tonspuren laufen, das ist wieder anders, wenn man nur eine Tonspur laufen lässt. Also sofort ist der Unterschied da. So, jetzt laufen wir alle drei. Ich habe trotzdem einen Test gemacht. Ich hoffe, das klappt. Irgendwann muss dann auch mit Testen plus sein, in Anführungszeichen, dass man nicht jedes Mal dafür Zeit drauf bringt. Ich nehme jetzt auch ein 4K auf. Ob das aber hochladen tut, dann weiter in 2K. Denkt man das für die meisten. Da wird es nicht auffallen, denke ich mal. Aber für mich geht es ja um die Datenvolumen hochladen. Also, dass das nicht zu viel wird. Ja. Ja, also in den meisten HD. Denkt man die meisten haben HD-Monitore. Was ja auch ausreichend ist. Also im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Also HD-Monitor habe ich auch noch links. Und es genügt normalerweise für die meisten Spiele. Und man braucht ja auch eine entsprechende Grafikkarte dazu. Also, ich würde empfehlen, wenn einer unbedingt haben möchte, kann das Geld zulegen. Aber persönlich, im Nachhinein würde ich sagen. Also HD 32 Zoll oder 34 Zoll. Ausreichend. Je größer und desto stärker muss auch die Grafikkarte sein. Und wird das unangenehm eng, sagen wir so, von Leistung her. Wenn man das hier die Einstellung so tief runterstellen muss, ist auch nicht schön. So, Gülle haben wir am Herbst. Und ja, der Zeit bekommt bald. Wir werden unsere Geräte verkaufen. Wir werden unsere Geräte verkaufen. Aber halt nicht alle Gebäude. Also Gebäude würde ich lassen. Zum Beispiel mindestens die Lagermöglichkeiten. Also Gebäude würde ich nicht anrühren. Und dann werde ich den Ordner entsprechend speichern. Und dann im Nachhinein. Also Sicherheitsprinzip. Und im Nachhinein dann im Programm von Giants direkt den Mod. installieren. Und dann, dass ich mal genau sehen kann, was ein Mod. Ich kann zwar auch die Ordner entsprechend so löschen. Also direkt den Mod. Ordner. Rechner. Nur da kann es sein, dass ich den einen oder anderen nicht so erkenne. Kann. Muss nicht. Aber ich sage, vorsichern, dass man da hinterher nicht lange suchen muss. Wenn man mal einen braucht. Heute habe ich die Global Company aktualisiert. Ich meine, so einen großen, ganzen verwende ich ihn ja hier nicht. Aber die Lagermöglichkeiten laufen darüber. Also da brauchen wir den schon. Also hier Saatgutlager, Kalklager. Das Lager für Treibstoff oder für Herbizide und Kunstdünger läuft auch darüber. Ich hoffe, dass alles klappt. Also vom Aufschlagen her ist das Spiel ein bisschen lauter wie die Musik. Aber da muss ich ihn ja gleich mal testen. Beziehungsweise nachher sofort. Ja, ich überlege mir, ob ich da jetzt noch einen Stall kaufe. Also muss ich überlegen. Also da, weil ich auch an Mist haben möchte. Weil Mist bringt ja bei der BGH besonders viel. Aus dem Stall. Aus dem Stall kostet ja ein bisschen Geld. Ich habe ja hier ganz guten drin. Auch von Kastor hier so ein Milchhof. 500 Tiere. Perfekt. Da gibt es ja mehrere. Ja, aber wie gesagt. Das wird mal finanziell entkommen. So, der zweite Rechner. Ja, der hat gute Leistung. Ich weiß noch nicht genau, wie die ganze Programm läuft. Also ich habe keine Meldung hier, dass es keine Abbrüche gibt. Das ist gut. Sonst wäre das äußerst ärgerlich. Ja, ich bin ein schönes Zeit mit Gülle fahren. Aber ich könnte ja eigentlich jetzt mal gleich den Kurs einfahren. Ich werde mal probieren. Erstmal gleich mit Kurs. Und dann kann er theoretisch immer fahren. Naja, irgendwann näher. So. Takten tun wir hier nicht. Aber wir können mal da ran fahren. Also noch war er kein Kurs. Da müssen wir sehen, wo wir starten. Am besten bei der Gülle starten. So. Und dann müssen wir hier schön dicht ran fahren. Und dann da vorbei. Und das macht er dann ganz gut. Der Dreck erreicht und geht zurück. Der Schala zeigt nichts an. Deswegen mache ich jetzt auch nur Gülle. Das ist keine Silage. Weil dadurch... Silage wird es auch gehen. Aber das Förderband ist ein bisschen ungünstig. Weil man verstellt man muss. Ich bin ja gespannt. Die Probeaufnahme jetzt höre. Mal gleich den bei bisschen Cappuccino. Und dann geht gleich Probeaufnahme hören. So gut läuft. Ja. Ja. Qualität. Ich stelle ja auch selbst hohe Ansprecherin. Das soll ja auch mal klappen. Ne. Aber selbst einstellen ist nicht so einfach. Ich weiß war einiges. Aber nicht alles. Aber... Es gibt da einen auf YouTube, der das gerne machen würde. Das anbietet. Aber ich finde den Preis von 80 Euro in der Stunde heftig. Ich meine gut. Er sagt ja auch mehr dabei. Gut. Das sind 90, kann man noch was. Also 90 Prozent. Aber bei mir wären 20 nochmal Leute. Funktioniert so nicht. Ich lebe in Österreich. So. Da heißt aber Platz. Ich brauche hier Platz. Und hier starten wir mal. Machen wir eher. Und auffüllen. Fast leer. So. Dann fahren wir über die BGH und Straße am besten. Und zwar um die BGH herum. Und. Und. Gülle. Abfahren. 90 Prozent. Auffüllen. Das ist also. Gut. Dann fahren wir los. Und zwar. Über die Straße. Aber nicht den weiten Weg. Rechts. Sondern einfach links. Rechts fahren nach Möglichkeit. Aber gut. Hier ist das Prinzip. Na egal. Das ist sowieso nicht. Hier geht es rüber. Außen lang. Düsen. Über diesen. E-fahrenden Weg. Schön außen bleiben. Nicht so weit. Außen fahren. Anhänger steht ein bisschen im Weg. Aber gut. Gut. Mitgehen. Müssen. Das war mal Richtung. Abkippstelle. Oder hier. Träger. Träger. Allgemein. Silage. Und. Gülle. So. An der Tankstelle. Vorbei. Falls ihr mal tanken will. Müsste. Müsste. Oder muss. Das kann halt mal allein machen. Hoffentlich jedenfalls. So. Nehmen wir Gas weg. Wenn ich so schnell fährt. Ja. Heute ist normalerweise die Mahstrande. Aber ich habe letzten Sonntag immer ganz vorsichtig mal die Luft raus. Und ich dachte ja ich könnte ja auch äh. Am Montag war noch Dienstag. Und da war es aber auch nicht so richtig. Und dann habe ich ein bisschen. Eine Stunde zu dir aufgenommen. Und dann war irgendwann er. Ja. Gut. Wie gesagt. Zehn Folgen. Ist ja immer schlecht. Und. Dann machst du halt die Freitag. Freitag die Folge nach. Und lädst da zusammen mit der Marsch hoch am Samstag. Und dann ist es auch gut. Da bin ich jetzt echt gespannt wie das gelten. Ich habe zwar nicht mitgezählt wie oft hier gefahren bin. Ah. Da kommt man zusammen. Also da ist schon einige Male Strecke gefahren. Da war die Pumpe schon. Äh. Und dann schauen wir was funktioniert. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ja. Äh. Was wird man heute machen. Modern Zeit. Man wird eine Leitung verlegen. Und. Was noch. Ja. Wasserhahn. Pumpe. So. Lassen wir eine Runde fahren. Hat er jetzt zwar nicht befüllt. Aber. Ich teste mal. Zweimal. Einmal muss er es füllen. Und nächstes Mal muss er es abladen. Sonst. Funktioniert das nicht. Gut dran. Und. Speichern. Müssen wir auch nicht. So. Ganz ordentlich. Mit Beladen von 0,30. Aha. Ja. Werden wir dann sehen. Ob das funktioniert. Naja. Gut. Dann machen wir ein bisschen länger. Wenn es gleich piept. Verlängern wir gleich mal. 2 Minuten. Wenn es nicht klappt. Wir probieren es in der zweiten Folge nochmal. So könnte er herbarieren. Wenn es gehen würde. Ja. Kann man nichts abladen. Ne. Weil ja eh leer ist. Ja. Die trockene Lippe. Das ist freutbar. Platz mal ein. Mal ein bisschen eincremen näher. Mal schauen. Wie jetzt klappt. Wenn nicht mal was zu tun. Dann muss es einstellen. Sind ja alles original Fahrzeuge. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Müsste. Aber ob es tut. Ist ja auch eine Frage. Ne. Ja. Mal sehen wie Ton aussieht. Wie. Bei. 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 Musik bin ich ganz sicher. Also perfekt klappt. Mal schauen. Haha. Der jetzt auflädt. So. Geschaut. Das soll es für heute gewesen sein. Mal schauen was gleich macht. Wird beladen. Dann. Das klappt. So. Und ob er den ablädt. Das sehen wir nachher in der zweiten Folge. Dann danke fürs reinschauen. Tschüss auf dem Winkel. Ciao. Ja. Bis nachher gleich. Tschüss.